So, die neue Lieferung ist angekommen, unsere Range X Alps 3 für unseren Online-Demo-Center. Range X Alps in allen Größen angekommen, SML, die bei uns dann auf dem Online-Demo-Center bzw. auf unserem Showroom anzusehen sind und können quasi ab Anfang April dann bei uns ausgeliehen werden und auch probiert werden und im Shop dann im Fachhandel angeguckt werden. Schauen wir uns mal das Kürzzeug in Ruhe an. Direkt auffällt es beim Heckbürtel hinten, haben wir den altbewährten, das TX-Lite-Material haben sie da verwendet. Natürlich für die Teile, was mir jetzt direkt auffällt beim Beinsack selber, das N70 Robic Plane Double RS Material. Ist ein silikonbeschichtetes Nylon und verringert die Luftdurchlässigkeit und erhöht natürlich die Abrissgefahr. Und es kommt deshalb am Beinsack sowie an den anderen restlichen Außenhüllen zum Einsatz. Also vorne hat man auch noch dann so einen dehnbaren Nylon 215D Stretch heißt das Material. Das ist ein dehnbar für eine perfekte Passform am Beinsack. Also direkt mal die Haptik ist wertig, extrem vom Kürzzeug. Was auch noch direkt auffällt, die Sandwich-Sitzschale. Sie hat einen geschlossenen, purigen Schaum, der hier integriert ist und sorgt zusätzlich natürlich noch für eine Wärmeisolierung zusätzlich noch und erhöht natürlich den Sitzkomfort. Zum Frontrettungssystem mit Cockpit, also wir haben hier eine sehr schöne Auflagefläche für unsere Instrumente hier vorne. Und der seitlich angebrachte Rettergriff vermindert, dass der Griff beim Komprimieren, also beim Zusammenpacken, deformiert wird und bleibt dadurch schöner in Form. Unsere Sitzschale an der Seite ist ein Nitinol Powerframe und sorgt für ideale Druckverteilung und Abstützung in der Sitzschale. Einen neuen Beschleunigerauslass und zusätzlich hier unten nochmal, Rennalschlauch quasi, auch nochmal zusätzlich einen neuen Auslass hier. Einen aerodynamischen Heckflügel. Dieser Staudruckflügel, der sich durch die anströmende Luft dann aufbläst, und hier die Luft geht hier rein, füllt dann diese sogenannten Mini-Rips, die wir hier sehen, diese Mini-Rips. Und die sorgen natürlich für eine ideale Form und verbessern natürlich auch den Luftwiderstand und erhöhen die Gleitleistung dadurch. Auf unserer Online-Showroom könnt ihr natürlich dann euch die schönen Fotos anschauen, wenn da natürlich die Luft anströmt, wie sich das dann auch schön dann füllt. Genau, das könnt ihr euch dann in Ruhe dann anschauen. So, dann schauen wir uns noch vom Range X-Albs die Taschensituation an. Wir haben hier hinten am Cockpit, ideal für Powerbank, zum Aufladen für unsere Fluginstrumente. Ein kleines Fach, dann hier zusätzlich an der rechten Seite eine kleine Lycra-Tasche. An der Flugrichtung linken Seite haben wir hier nochmal eine schöne Stau-Möglichkeit. Ein weiteres Staufach unterhalb vom Sitz, hier vorne mit einem Fassungsvermögen von 17 Liter und maximal können hier 5 Kilo zusätzlich noch verstaut werden. Staufach Nase, neu. Also hier vorne haben wir nochmal eine Möglichkeit, allerdings nur für weiche Gegenstände, hier direkt vorne, hinterhalb von unserem Carbon-Fußbrett. Jetzt haben wir dann noch zusätzlich unsere Stocktasche, was auch super gebracht ist, dass hier am Ende des Teils hier einmal dieses Rippstopp-Gewebe und hier nochmal eine Verstärkung eingebaut ist, gerade wegen spitzen Gegenständen hier. Wie gesagt, 3 bis zu 35 Liter Stauraum, sehr groß und hier finden wir auch dann gleich unser Inflate-Ventil hier innen drin. Hier sind die Stabilisatoren, da komme ich auch gleich noch zu sprechen drauf. Und hier noch zusätzlich für den Permair zum Aufpumpen, unseren Protektor, ein Mundventil. Zwei Möglichkeiten, wie gesagt, einmal mit dem Inflate-Bag das Wurzeug aufzupumpen oder dann mit dem Mundstück. Was jetzt direkt aufgefallen ist, gerade durch dieses Rückschlagventil kommt keine Luft mehr raus und vor allem das Aufpumpen ging jetzt viel, viel schneller. Ich habe jetzt gerade mal eine komplette Füllung gebraucht, um das Wurzeug aufzupumpen. Ja, dann hängen wir es mal ein. So, dann zeige ich euch mal die Verstellmöglichkeiten. Einmal die Inflate-Verstellmöglichkeiten. Schulterkurt einmal weitermachen und anziehen. Dann haben wir für den Rücken, für die Rückenneigung, links wie rechts, einmal kann ich dann die Rückenneigung hochholen. Und dann gibt es noch weitere Verstellmöglichkeiten mit einer Knotenleiter. Das ist natürlich in der Luft, wird das ein bisschen schwierig. Ich kann einmal das Becken nach oben holen, indem ich hier diese Schlaufe öffne und über den nächsten Knotenpunkt dann drüber stülpe. Wenn ich den Oberschenkel eher ein bisschen aufrechter haben möchte, nach hinten oder flacher gestellt, kann ich das auch hier über so eine sogenannte Knotenleiter dann hier machen. Das heißt, hier ist der Aufhängepunkt hier unten und kann dann auch wieder die Schlaufe über den Knoten setzen, um den Neigungswinkel hier zu verstellen. Der Beinsack wird über vier Knotenleiter dann angesteuert zur Fußplatte hier unten und kann dann auch der Beinsack dann in seiner Länge mit der Knotenleiter verstellt werden. Diese Stabilisatoren sind, ich mache jetzt mal einen weg, und die können jetzt quasi hier an der Seite jeweils zwei, also hier auf rechts wie links, und sie können montiert werden, um das Kurtzeug noch stabiler zu machen, zum Beispiel, wenn man in einer Kombination mit einem Hochleister fliegt. Ich zeige das kurz hier einmal, also einmal hier ist eine Schlaufe, und dann hier am Frontkurt unterhalb, wo dann dieser Schäkel, wird hier auf der Seite einfach, wie gesagt, durchgefädelt, dann nachher eingehängt wird. Wichtig ist dabei, dass dieser Schraubschäkel, der ist hier oben dann gedacht, dass der hier eingehängt wird, damit er hier nicht hier unten an die Oberschenkel dran drückt, einfach wegen Komfort. Als erstes kommt hier die Kugel mit der Markierung A, der Öse mit B, dann haben wir hier die Nummer 1, die geht hier durch Nummer 2 durch, wird hier fest und langgezogen, und dann zusätzlich mit diesem Tagelbutton, wo die Nummer 3 draufsteht, nochmal verschlossen, und schon sind wir ready zum Einhängen. Skywalk hat hier auch einen zusätzlichen Gummizug unten dran, unsere Carbonplatte, damit wir entspannt, wenn wir in der hängenden Position auch sind, relaxed in unser Kugelzeug hineinkommen. Dafür gibt es diesen Gummi, der unten festgemacht ist, an meinem rechten Bein, das heißt, ein Bein bedient das andere. Ich gehe hier einfach nach vorne und kann entspannt mit meinem linken Fuß nachgehen und komme somit ideal, ohne viel Stress, in mein Liegekugelzeug. Ich habe einen leichten Gummibrückholer vorne an meiner Carbonplatte dran, somit ist gewährleistet, dass mein Speedsystem ideal für mich in meinem Beinsackkanal hier erreichbar ist. Wenn ich nach hinten gehe, komme ich entspannt in die erste Stufe rein mit meinem rechten Bein, kann mit dem linken Bein nachdrücken und tritt automatisch symmetrisch in die mittlere Schlaufe, damit hier eine Symmetrie gewährleistet ist für mein Speedsystem. Wie steige ich aus meinem Range X-Sypes aus? Ein Bein bedient genauso wie beim Einsteigen das andere. Ich gehe her mit meinem rechten Fuß, gehe hier auf die Kante, und dann kann ich entspannt mit meinem linken Bein hier rausgehen und bin in einer hängenden Position für den Anflug dann. Viel Spaß beim Ausprobieren. . . . . . Bis zum nächsten Mal.